Herzlich Willkommen liebe UV-Leser hier in der LZO in Vechta. Heute mal eine ganz andere Art eine Tür zu öffnen. Heute wollen wir unsere Pforten öffnen zu den Kronjuwelen der Stadt Vechta. Es ist nicht so einfach. Eine Tür dieser Art ist 30 cm dick, wiegt ca. drei Tonnen und diese Tür, man sieht es auch, ist alt. So alt wie das Gebäude, weil man, sobald das Gebäude fertiggestellt ist, gar keine Chance mehr hat, eine neue Tür einzubauen. Wir gehen hier weiter. Kommen nun in die Vorräume zum Tresor selber. Weiter darf ich sie leider nicht führen, da es dann direkt zum eigentlichen Tresor geht, wo nochmal das gleiche Prozedere ablaufen würde, wie jetzt hier gerade. Liebe Kunden, liebe noch nicht Kunden der LZO, das weltbeste Team der LZO in Vechta hier, wünscht euch eine tolle Vorweihnachtszeit mit viel Erholung, so wie man sich eine Weihnachtszeit, eine Adventszeit wünscht.